Jung, gebildet und progressiv, so wird das Wählerklientel der Grünen in den Medien meistens beschrieben, während man für die Wähler der AfD eher solche Attribute nimmt wie konservativ, rückwärtsgewandt oder manchmal halt auch leicht doof. Die Bertelsmann-Studie allerdings, die auch versucht hat, diese Wählergruppen so zu unterteilen, ja, die kommt in ihrer Studie auf ein ganz, zumindest für die Grünen, ja, katastrophales Ergebnis, möchte ich einmal sagen. Denn dieses Framen von wegen auf der einen Seite grün, jung, gut, gebildet, auf der anderen Seite AfD, ja, konservativ, rückwärtsgewandt und leicht doof, das funktioniert bei den jungen Wählern heutzutage überhaupt nicht mehr. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche an alle Abonnenten, Nicht-Abonnenten und auch an alle komplett neuen Zuschauer dieses Kanals. So, kommen wir einmal gleich zum Thema, ohne großartig vorher rumzuschmafeln, das Selbstbestimmungsgesetz. Ja, ich fange mal mit dem Selbstbestimmungsgesetz an, denn das Selbstbestimmungsgesetz, das ist ja gestern mit der Stimmenmehrheit der Ampelkoalition, also SPD, Grüne und FDP, durch den Bundestag gegangen. So, ja, da stehen wir nun. Und im Grunde genommen kann jetzt ja jeder sein, was er möchte. Und auch in den sozialen Medien, also vor allem auf X, also auf Facebook nicht mehr so, weil auf Facebook wird wirklich massiv zensiert, ja, auf X. Ja, wenn man sich auf X einmal umguckt, dann ist da ein erbitterter Streit um die Deutungshoheit des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes vollends entbrannt. Denn viele, die gegen dieses Gesetz sind, geben den Grünen vor allem die Schuld, dass sie hier in Deutschland die letzten Schutzräume der Frauen ihrer, ja, sage ich mal, quasi sektenartigen Ideologie, und das war ein Zitat, geopfert haben. Und die Grünen, die machen ja auch kein Hehl daraus, dass sie im Grunde genommen die Partei sind, die dieses Selbstbestimmungsgesetz jetzt hier durch den Bundestag gekriegt haben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Bild hier von dem Bundestagsabgeordneten Audritsch anguckt mit dem Titel Endlich Selbstbestimmung, ja, also viele auf X nehmen solche Bilder, die, ja, von den Grünen kommen, wirklich als Provokation wahr. Denn Andreas Audritsch schreibt ja selber zu diesem Bild, das Gesetz ist beschlossen, ein großer Schritt für Freiheit und Gleichheit, ein guter Tag. Und wie ich es eben schon sagte, viele Menschen, auch vor allem jüngere Menschen, nehmen solche Bilder und solche Aussagen der Grünen als mittlerweile reine Provokation wahr. Und das betrifft jetzt nicht nur das Selbstbestimmungsgesetz, was verabschiedet worden ist, sondern zum Beispiel auch die Energiewende oder die Wirtschaft oder im Grunde genommen alles, wozu die Grünen in irgendeiner Art und Weise ihren Senf dazugeben, ja, wird mittlerweile wirklich als Provokation aufgenommen. Vor allem, wie gesagt, auch bei der jüngeren Generation, die sich ja größtenteils über das Internet informiert und auch über soziale Medien. Ja, und da passt das irgendwie nicht mehr so ganz, dass man dann sagt, naja, die Grünen, jungen Wähler, ja, gut gebildet, gut verdient. Das ist wirklich so dieses Wählerklientel der Grünen. Denn auch die Bertelsmann Stiftung kommt in einer Studie jetzt mittlerweile zu einem völlig anderen Ergebnis. In dieser sogenannten Negativumfrage, also eine Negativumfrage, da ist halt die Frage schon negativ gemeint. Wen würden Sie auf keinen Fall wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wurden 3.800 Menschen befragt. Ja, und das Ergebnis, das haben Sie zumindest nicht in der Schublade verschwinden lassen. Denn unter allen Befragten haben im September letzten Jahres noch 35 Prozent gesagt, sie würden auf gar keinen Fall die Grünen wählen. Jetzt im Februar, also das befragt wurden die Menschen im Februar, sagten 55 Prozent, sie würden die Grünen auf gar keinen Fall wählen. Ja, das ist schon ein Anstieg um 20 Prozentpunkte. Und das innerhalb von nur einem knappen halben Jahr. Und die Bertelsmann Stiftung unterteilt in ihrer Studie auch noch innerhalb der sogenannten demokratischen Mitte den einen progressiven, jungen und gut gebildeten Teil und den, so nennt sich selber, den nostalgischen Teil, also diejenigen, die veränderungsunwillig sind, möchte ich jetzt einmal sagen. Und in diesem progressiven Teil, ja, da schneiden die Grünen sogar noch schlechter ab als im durchschnittlichen Gesamtergebnis und zwar mit 56 Prozent, die die Grünen niemals wählen würden. Bei den sogenannten nostalgischen, also konservativen Menschen in dieser Alterskohorte, ja, da sind es sogar 75 Prozent, die den Grünen nie die Stimme geben würden. Und ja, auch jetzt mal an alle Kritiker meiner Videos, ich habe mir diese Studie auch durchgelesen. Und ja, die AfD schneidet da auch nicht gut ab, aber darum geht es in diesem Video hier nicht. Es geht, wenn man jetzt schon die AfD mit reinziehen möchte und sagt, ja, aber what about this in AfD? Ja, auch in der Gruppe der jungen, progressiven, da schneiden die Grünen in der Wählergunst schlechter ab als die AfD. Denn nur 53 Prozent könnten sich nicht vorstellen, die AfD zu wählen. 56 Prozent in diesem Bereich könnten sich nicht vorstellen, die Grünen zu wählen. Ja, und mein Fazit zu der ganzen Sache ist einfach, dass auch die jungen Menschen erkennen, dass das, was die Grünen auf der einen Seite sagen und das, was die Grünen auf der anderen Seite aber tun, seitdem sie in der Regierung sitzen, so massive unterschiedliche Dinge sind, dass sie den Grünen auch nicht mehr glauben. Sei es von keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, wobei das grüne Wirtschaftswunder ist ja schon eingetreten. Und jetzt halt das Selbstbestimmungsgesetz, wo einige halt sagen, dass nun auch wirklich die absolut letzten Schutzräume für Frauen hier in Deutschland einer sektenartigen grünen Ideologie geopfert worden sind. Die Bertelsmann Stiftung kommt in ihrem Fazit, ja, die beschreiben das ein wenig anders. Die sagen dort, ja, dass die demokratische Mitte immer mehr zu den Rändern tendiert. Das ist jetzt nicht unbedingt, ja, etwas anderes als das, was ich sage, denn diese sogenannte demokratische Mitte erkennt, dass diejenigen, die für die Probleme, die wir hier in diesem Land haben, verantwortlich sind, nicht die gleichen sein können, die diese Probleme letztendlich dann auch lösen. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört. Vielen Dank.